Ich werde einen Aufsatz schreiben. Hör auf. Ich kann das nicht so wegschweigen. Ich weiß, was das war. Mann, das ist echt schlimm. Wir haben gestern Kinder am Modest. Ich weiß, ich weiß. Wir haben gestern Kinder am Modest. Ja. Ja, was, Jan? Kannst du damit leben? Kannst du mit der Schuld leben? Kannst du dich im Deutschunterricht reinsetzen? Und einfach normal weitermachen? Wir werden eine Lösung. Was ist denn die Lösung? Ich weiß es auch nicht. Im Moment weiß ich es nicht, okay? Erste Klingel. Bitte mach es nicht, bitte. Du bist mein Freund. Da wird etwas passieren. Ich muss es für mich machen. Nicht für dich. Was ist mit mir? Bist du nicht mein Freund oder was? Natürlich. Was ist, wenn ich dich verliere?